Musik Ja, hallo, zwei aktuelle News gleich am Anfang. Wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht, Dana. Machen wir die schlechte Nachricht zuerst. Was ist los? Der Andrew Richley, ein Teil der Gruppe VAM, konnte seine China-Tournee überhaupt nicht genießen. Das chinesische Publikum muss zwar unheimlich gut gewesen sein, aber es gab wohl Knatsch innerhalb der Band. Er soll sogar gesagt haben, er will aussteigen. Also wir können nur hoffen, dass er das nicht tut und dass er weiterhin mit George Michael uns gute Hits liefert. Was meinst du? Ja, okay, jetzt aber schnell die gute Nachricht. Wir sind nämlich zum ersten Mal heute auch in Süddeutschland zu sehen. Deswegen begrüßen wir die Süddeutschen mit einem fröhlichen Grüß Gott. So, jetzt aber nicht lange. Quasseln, Jürgen, raus aus dem Bett im Kornfeld. Ab nach Bangkok. Bangkok, malerische Szene, doch die City ist blind für die Stars und die Mäzene. Die Creme de la Creme aus der Welt des Schachs. In der Show fehlt nur noch Jude Brenner. So schnell kann die Zeit verrennen. Gerade noch sahen wir in Tirol unsere Schachspieler singen jetzt Schnitt. Denn für Spitzenspiele wählen die meiste exklusive Reiseziele wie Island, die Philippinen oder Hastings oder diesen Ort. Bei Nacht in Bangkok kann so viel passieren. Wie war's im dunklen Tempel der Magie. Es warfen Götter hinter Goldnatür. Und hast du Glück, ist ein Gott eine Sieg. Ich fühl einen Engel und krieg weiche Knie. Ein Ort ist wie alle anderen, wenn die Augen nur übers Schachbrett wandern. Es ist schade, es wird aus keines Dummars gehen. Und sich dann nur auf den Figuren statt, etwas zu erleben. Was soll der Quatsch? Was denn erleben in einer Stadt voll Menschen? Lärm und gestack. Mädchen, Mond in Schuhe. So wie ich lacht, wie sie sonst sind. Seid still, ich bin als Tourist hier. Der seinen Anstand nicht vergisst hier. Ich will mich, ohne zu bereuen, freuen. Bei Nacht in Bangkok wird ein Christ zum Heide. Und jeder Vorsatz bleibt nur Theorie. Bei Nacht in Bangkok wird ein Held bescheiden. Und aus Begeisterung wird Lethargie. Ich glaub, was der Teufel führt, der Bayerischi. Siam ist der letzte Schritt. Es ist der äusserste Test für geistige Fitness. Das Dreieck von Bermuda ist harmlos gegen dieses Land des Buller. Gott sei Dank, seh ich diesem Spiel nur zu als Schiedsrichter. Das Matt, das ich benote, ist nicht das Matt aus eurer Zote. Ihr wüsstet nicht, was wir gewinnen bei dem Spiel mit unseren Königinnen. Also geht zurück in eure Bars, eure Tempel, eure Massagesalons. Bei Nacht in Bangkok kann so viel passieren. Die war so dunkle Tempel der Magie. Es warnt Götter hinter Kordertüre. Ein bisschen Fleisch, ein bisschen Poesie. Ich fühl einen Engel und die reiche... Jürgen Breivs mit der deutschen Version von Mary Head Superhead One Night in...